Hallo und herzlich willkommen zurück zu Destiny 2 hier bei dem öffentlichen Event, wo von der letzten Folge in der letzten Folge reingeworfen worden Es ist auch spannend, dass hier nichts passiert Aber wenigstens hat jetzt ein Kumpel dabei Jetzt haben wir schon die Steuhe, dann können wir doch in der Untergrund Jetzt wird man da unterlegen, was das eher betreut Wenn man von dich hat, hätte ich einen Vorteil für die Steuhe Auf jeden Fall haben wir jetzt noch den Fickfestgeber Jetzt ist er auf jeden Fall zurück und jetzt hat er nicht Komm raus, da können wir erst kommen Komm raus, da können wir erst kommen Ich bin der Weg Ich bin der Weg Oh, was? Oh, was? Nein Ah 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 Ich bin der Weg Es ist mit meinem Maid und Jesus. Ich habe vergessen, dass er die Leid auf dem Weg ist. Oh, ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr sagen. oh z.B. Verarbeitungsgeschwindigkeit unterdrückt hat hier überhaupt irgendwer um das und den Raum muss immer noch nachdem schon wieder ein öffentliches Event reingeschoben habe das eigentlich doch nicht sein sollte aber naja wenn ich schon da bin natürlich immer noch Volker wo ist mir irgendwer schießt und rücken das Problem kämpfen lassen das hier normal schießen war cute Ich muss das nicht immer hin und her abporten. Oh, er kämpft. Mir gehört Mia! Mein Kern und der Reifer. Sieht so aus. Rette Failsafe. Nächster Missionszweig. So. Schon wieder hier unten. Wäre nicht so gewesen, sondern schon das letzte Mal. Hilf mir die Störungen durch diese Konfluxe zu beseitigen. Und ich sollte ihren Standort ermitteln können. Hallo. So. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Laufe mal, vielleicht. Ich bin beschäftigt. Alter, Alter Alter, Alter ziel abgeschlossen hab sie sie haben sie in ein würfelkonstrukt gesperrt schalte die wegs aus und wir können sie befreien ich hoffe es ist noch nicht zu spät nein 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 nehmen Oh nein , ich muß dir nicht mehr Nein , nein , nein , nein , nein das war ... Application ich lasse mal dira ein Luna celle von dir. Ich rette dich materh Trevor Ich habe die letzten zehn Jahre damit verbracht, mit einem anderen Gefangenen zu reden. Zehn Jahre? So lange haben wir nicht gebraucht. Die Zeit scheint im Netzwerk anders zu verstreichen. Er war ein sehr guter Zuhörer. Schade, dass ich ihn nicht mitnehmen konnte. Er hat mir eine Myriade an Möglichkeiten für diese Galaxis gezeigt. Wie die Vex planen, sie zu formen. Ich werde das deiner Vorhut mitteilen. Das ist ja großzügig. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest. Es war deine Schuld. Und ich vergesse niemals, wer mir Schaden zugefügt hat. So, jetzt aber erstmal. Ich habe neue Waffen und ich habe keine Munition. Erstmal hier, 203. 201. Dann haben wir hier neue Stiefel, 203. Boah, es geht voran. Ich bin schon bei 194. Wir fangen gerade erst mit der Woche an. Wir sind jetzt beim Montag. Und bis zu Freitag sollte ich 260 sein. Ich bin jetzt schon fast bei 200. Ich glaube, 60 in der Woche müsste eigentlich machbar sein. Theoretisch. Jetzt erstmal gucken, was machen wir jetzt. Wir haben noch knapp 6 Minuten. Bisschen weniger. Ich versuch bis dahin zu kommen. So geht es erstmal weiter. Noch ein öffentliches Event daneben quetzt. Also knapp wie immer. So, wo muss ich denn hier runter? Ach du Scheiße. Ich bin schon immer da. Oh, das klingt schnell von der Schilder. Und ich habe ja Muni. Oh, ich bin noch nicht stark. Aber ich habe ja wieder Muni. Das ist immer noch ein Vorteil. Den ich natürlich gerne habe. Und so einen Speeder hat ich auch gerne haben. Das Laufen ist schon anstrengend und nervig. Nein. Nein. Meine Sektoren haben anormale Wechsaktivitäten im örtlichen Quadranten aufgespürt. Ich komme. Au. Oh, ich muss schießen. Ich bin beschäftigt. Ich habe eine wichtige. Ich bin falsch gelaufen. Ich weiß nicht. Wo bin ich da? Hey, kommst du jetzt da hin? Okay, ich glaube. Rat sich erledigt, mit da hinzukommen. Ich versuche es trotzdem an. Aber ich wüsste überhaupt nicht wie. Ich habe mal vier Minuten Zeit, darüber zu kommen, mitzumachen. Ah, guter Mann. Ich bin da. Ich bin da. Wow. Das ist immer's. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe es aufgeschafft, fast perfekt zu vollem Ende, theoretisch. Ich habe es aufgeschafft. Ich hab das gemaken Ist das aber schon da oben oder ist das bloß eine Anzeige, dass da nicht was kommen soll Ne, ich hab das nicht mehr aufgebaut Ich könnte nicht mehr aufgebaut Ich kann doch nicht mehr aufgebaut Ich lebe dich wieder, Mann! Ich lebe dich wieder, Mann! Entschuldigung, was? Ach, daaaah! Wenn wir was machen, was machen wir! Dann landen wir jetzt! Geh! Nein, ich hab doch nicht! Das war's! Guck! Ne! Ha, so sieht's aus. Eine Säule für euch. Ihr seid zerstörerisch. Berechne die Integrität der Infrastruktur in Anbetracht des verursachten Schadens. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.